Friedrich Merz will die nationale Notlage wegen der Asylkrise ausrufen. Mir war gar nicht klar, dass wir eine nationale Notlage wegen der Asylnotlage oder Krise überhaupt ausrufen können. Er hat heute in der Pressekonferenz in Berlin, beziehungsweise gestern, wenn ihr dieses Video seht, eine Rechtsgrundlage genannt, die es gar nicht gibt. Und niemandem ist das aufgefallen. In einer Stunde Pressekonferenz gab es keine kritischen Nachfragen. Dabei will ja Friedrich Merz hier mit dem Abschiebeanstoß für Olaf Scholz sich nur den Weg ebnen, neuer deutscher Bundeskanzler zu werden. Ob er am Ende dann auch durchziehen würde, kommt immer darauf an, wer seine Machthalter sind. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wieder aus den schönen Niederlanden. Es ist einfach zu schön hier, um so schnell wieder heimzureisen. Denn zu Hause schlagen sie sich die Köpfe ein nach Solingen. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie jetzt weiter verfahren sollen. Friedrich Merz reicht Olaf Scholz nicht nur symbolisch die Hand, er war dann auch zum Treffen im Kanzleramt. Es geht um die innere Sicherheit, wie sagte Friedrich Merz, dem Kanzler entkleidet das Land. Ich würde sagen, es entkleidet nicht, sondern es ist schon entglitten. Aber das sind Feinheiten. Wir sind uns alle einig, dass wir auf dem Wege in ein drittes Weltland sind, dass die Gewalt einfach exorbitant zunimmt, dass niemand mehr sicher ist. Und die Zahlen, sie geben uns am Ende auch recht. Ich liebe diese Leute, die das bis heute nicht uns sich eingestehen wollen, dass wir ein Problem mit der Zuwanderung haben, mit der Integration, mit dem Integrationswillen und dem Blindflug der Sicherheitsbehörden, dass sie hier sogar inzwischen Schläfer ins Land gelassen haben, die dann auch einfach mal zuschlagen. Friedrich Merz hat in der Bundespressekonferenz darauf verwiesen, dass wir nach... Dann haben wir nach Artikel 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das Recht und wie ich finde mittlerweile angesichts der Lage die Pflicht, eine nationale Notlage zu erklären im Hinblick auf die Flüchtlinge. Und dann ist das nationale Recht der Bundesrepublik Deutschland wichtiger als das europäische Recht. Das geht. § 74 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV genannt, früher EGV genannt. Ihr seht, ich kenne diese ganzen Dinge. Ich habe das so oft gelesen schon und deswegen war mir diese nationale Notlage... Ich dachte mir so, was meint er denn? Wir können eine Haushaltsnotlage ausrufen oder eine epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Das kennen wir inzwischen. In § 74 AEUV heißt es, der Rat erlässt Maßnahmen um die Verwaltungszusammenarbeit zwischen den zuständigen Dienststellen der Mitgliedstaaten und so weiter und so fort. Dabei beschließt er auf Vorschlag der Kommission vorbehandlich des Artikel 76 und der Anhörung des Europäischen Parlamentes. Da steht nicht mal das Wort Notlage drin. In diesem ganzen Absatz steht das Wort Notlage nicht drin. Ich dachte mir, gut, dann hat er sich nur im Gesetz geirrt, in der Nummer. Das Gesetz muss es geben. Dann liest man einfach weiter. Bin ich bei § 78 stehen geblieben. Dort geht es um die allgemeinen Dinge zum Thema Migration, Asyl und so weiter. Dort wird dann geregelt, dass die Union hier subsidiären Schutz und vorübergehenden Schutz mit den Drittstaatsangehörigen und so weiter. Diese ganze Litanei steht da drin. Und da heißt es dann im allerletzten Absatz, also § 78 Absatz 3, befindet sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Drittstaatsangehörigen in einer Notlage. Das ist das einzige Mal, dass das Wort Notlage dort vorkommt. So kann der Rat, das ist nicht die Bundesregierung, auf Vorschlag der Kommission, das ist auch nicht die Bundesregierung, vorläufige Maßnahmen zugunsten der betreffenden Mitgliedstaaten erlassen. Er beschließt nach Anhörung des Europäischen Parlamentes. Friedrich, du hast uns mal schön alle verarscht heute. Und in der Bundespressekonferenz ist es wohl keinem aufgefallen. Ich dachte mir schon, wie ich das Wort Notlage gehört habe. Was soll das sein? Müssen wir jetzt wieder mal das Grundgesetz ändern? Und er sprach hier davon, dass wenn wir diese Notlage erklären, weil es europarechtliche Hürden gäbe, Dublin 3, geltende Rechtslage in der Europäischen Union, wieder durchzusetzen, das heißt, Asylantrag wird gestellt im Einreiseland in die Europäische Union, das heißt, fast niemand hätte erst einen Dritt in Deutschland und somit ist das wie vorher quasi, dass sie dann in Italien, Spanien und so weiter nicht nur ihren Antrag stellen müssen, sondern dass sie auch festgehalten werden. Wir hätten ja auch den Solingen-Attentäter nach Bulgarien überstellen sollen, eben wegen dieser Dublin 3-Regelung. Und Bulgarien hätte sogar ihn genommen, Issa Al-Hassan, aber da haben sie wieder geschlafen, die Behörden, phänomenal kann ich euch sagen. Jetzt wollte Friedrich Merz uns erklären, dass wenn die Europäische Union nicht in der Lage ist, hier dem Mitgliedstaat zu helfen, dass der Mitgliedstaat die Notlage ausrufen kann und dass dann geltendes deutsches Grundgesetz über europäischem Recht steht. Weil das lassen sie immer weg, dass das europäische Recht nun mal über dem Grundgesetz steht, dass der EuGH am Ende die letzte Instanz ist, um uns dann doch zu erzählen, wir wären ein souveränes Land. Dieser Widerspruch in sich, das Europarecht, das ist für viele wichtiger. Und dass wir jetzt hier einen Mechanismus haben, dass wir unser Grundgesetz auch offiziell über das Europarecht heben können, das steht da gar nicht drin. Das ist völlige Schaumschlägerei, Friedrich Merz. Das ist unehrlich, das ist gelogen. Und ich weiß nicht, wie das war bei den kleinen Paschas, ob das dann genauso gelaufen ist. Auf jeden Fall, das ist schlecht vorbereitet. Das steht gar nicht im Gesetz drin, aber Hauptsache mal ein Gesetz zitiert, um damit clever auszusehen in der Bundespressekonferenz. Keiner der Journalisten hat sich die Frage gestellt, was er mit der Notlage meint. Denn diese Notlage, die gibt es ja gar nicht. Sondern wir haben die Haushaltsnotlage, die epidemische Notlage von nationaler Tragweite. Und das war's. Es gibt da drin das Wort Notlage. Und ihr habt gehört, der Rat, ja, im Rat sitzt dann Scholz, kann der Kommission vorschlagen und das Europäische Parlament soll dann beschließen. Ja, genau. Das ist dann 2300 oder so. Also dann, wenn die Deutsche Bahn den Deutschland-Takt eingeführt hat. Ich bin hier in den Niederlanden. Ich bin hier mit dem Zug angereist. Und hier fährt alle halbe Stunde die Züge, ja. Also das ist phänomenal. Die Züge, die Toiletten waren Katastrophe. Die Toiletten waren genauso schlecht wie in Deutschland. Aber ansonsten Pünktlichkeit und ansonsten das Erscheinungsbild der Züge durchaus passabel. Von außen natürlich dreckig, wie alle anderen auch. Baustellen machen sie hier eine Woche, zwei Wochen. Nicht so wie in Deutschland sechs Monate. Aber sie können es überall besser, wie in Deutschland. Und auch Friedrich Merz. Er fabuliert hier Dinge, die am Ende gar nicht realistisch sind. Und damit täuscht er den Wähler. Denn er täuscht alle eigentlich damit, wenn er vorgaukelt, wir hätten hier irgendetwas, wo wir dann die Hand heben, sagen nationale Notlage und jetzt sind wir Deutschland, wir sind souverän und wir können dies und wir können das. Wir können das alles machen. Aber teilweise ohne Rechtsgrundlage. Und dann kommt es wirklich darauf an, dass wir ein souveräner Staat sind. Wir können diese Binnengrenzkontrollen, die müssen wir nur notifizieren. Die werden nicht genehmigt, sondern die werden einfach nur mitgeteilt, weil sie müssen ja anlassbezogen sein. Anlässe haben wir genug. Welchen Anlass wollt ihr? Springmesser, Klappmesser, Axt, Machete. Also ich mache keine Witze, sondern das sind alles solche Anlässe. Und dann könnten wir hier mindestens mal sechs Monate dann mit Verlängerung, also mindestens mal ein Jahr ein strenges Kontrollregime durchführen. Das heißt nicht, dass die europäischen Grenzen geschlossen sind. Das ist das, was sie auch immer der AfD vorwerfen, sondern das heißt, dass sie kontrolliert werden, so wie es früher war. Die Grenzen waren noch nie geschlossen, außer bei Corona. Und das waren die Altparteien, sondern sie wurden einfach kontrolliert. Dort geht es auch gar nicht darum, die armen Lkw-Fahrer aufzuhalten. Es geht dann am Ende lediglich darum, ob er nicht noch irgendwelche Personen, die sich da irgendwo drangehangen haben, irgendwie mittransportiert. Und am Ende geht es vor allem darum, die Leute in den Ländern zu halten, in denen sie zu bleiben haben. Das ist wieder Dublin 3, geltende Rechtsordnung. Und das Schöne ist, Friedrich Merz erzählt hier einen Schwachsinn, obwohl seine Parteikollegin die Kommissionspräsidentin ist, die das alles schon längst hätten erledigt haben können. Aber sie wollen nicht. Sie wollen jetzt damit auf Wählerfang gehen. Sie wollen, dass Olaf Scholz jetzt anfängt, Leute abzuschieben, damit Friedrich Merz dann im Wahlkampf sagen kann, guckt mal, er wollte nicht oder er wollte nur ein Paar. Ich nehme die Lufthansa und fliege dann Hunderttausende aus. Ob er das macht, ich weiß es nicht. Gut wäre es, wenn es einen Wahlkampf gäbe von Friedrich Merz, egal ob er von Blackrock unterstützt wird oder nicht, wenn es zur Folge hat, dass sie alle Illegalen aus dem Land schmeißen, alle Ausreisepflichtigen rauswerfen und das ganze System mal zusammendampfen. Ob sie dazu die Koronis haben, wie man so schön sagt, ich habe da leider meine Zweifel. Ich bin aber auch gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das Ganze hier? Die Notlage, hast du genauso wie ich ratlos dagestanden und gesagt, was meinte man? Welche Notlage will er denn ausrufen? Wir sind einfach am Abgrund. Deutschland steht nicht nur wirtschaftlich am Abgrund, auch gesellschaftlich stehen wir am Abgrund. Wir sind gespalten in mindestens zwei Lager. Teilweise muss man ja sagen, wir sind zwei Lager plus die Neubürger und so weiter und so fort. Das ist völliger Wahnsinn, das ist völlige Katastrophe und sie haben immer noch nicht kapiert, dass sie bald weniger Geld zum Ausgeben haben. Darauf beruht diese ganze Party. Wir sind bei der Titanic ungefähr jetzt in dem Moment, wo die Kapelle merkt, dass das Schiff auf einmal senkrecht im Wasser steht und ihr wisst, dann dauert es nicht mehr lang und dann rauscht es nach unten. So drastisch, wie diese Beschreibung eben war, so zutreffend ist sie am Ende auch. Wie gesagt, ich bin gespannt auf deine Meinung. Lass unbedingt mal einen Kommentar unter diesem Video und wenn du auch die Schnauze voll hast von diesem ganzen Wahnsinn, diesem völligen Wahnsinn, muss man sagen, schau bei Auswandern mit Kopf vorbei, für jung oder alt, für arm oder reich, für jeden ist da was dabei. Es geht nämlich nicht darum, ob man die nötigen Mittel hat. Es geht vor allem darum, dass man das nötige Mindset hat, denn wenn man was im Kopf hat, was man unbedingt will, dann gibt es auf einmal Mittel und Wege, die waren vorher quasi gar nicht sichtbar. Deswegen schaut unbedingt mal vorbei. Ansonsten auf Telegram findest du meine unzensierten Bilder, die YouTube hier nicht sehen möchte und ansonsten habe ich noch X, dann verpasst du keines meiner Videos. Damit sage ich ciao. Bis bald.